Und damit herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Origins hier bei Explorer LP. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir sind in einem Vorort vor Alexandria, kann man eigentlich sagen. Wir sollen zwar noch in die große City, aber wir haben ja noch einiges zu erledigen, bevor wir darüber können. Sprich, eine Quest haben wir noch, eine Nebenquest und wir haben noch ein, zwei Fragezeichen, die wir hier erledigen könnten. Was ich auch gerne machen würde, wenn wir es denn schaffen. Aber ich würde sagen, wir machen erstmal die Nebenquest hier. Geburtsrecht. Wo sollen wir denn da hin? Da sollen wir hin. Der Saalwegschutz. Unverschämt, der Bayek. Unverschämt. So. Kommen wir hier durch? Ja. Und das sind wir. Seltsam, wie diese Leichen hier einfach rumliegen. Der Balsamierer wird mehr wissen. Und wir haben die Quest wieder nicht markiert. Warum auch immer. Äh, verfolgen. Jetzt haben wir sie markiert. Der Balsamierer, wo bist du denn? Hier drin. Warum liegen die Leichen da? Freund der Sonne. Eine Schande, dass die drei Toten vernachlässigt werden. Was ist denn? Sie wurden gerade gebracht, Medjay. Eine ganze Familie starb durch das Schwert. Nur ihre Tochter, Iris, hat überlebt. Sie brachte eine nach dem anderen her. Armes Ding. Sie ist jetzt ganz allein. Tragische Geschichte. Allerdings. Wo ist sie jetzt? Du findest sie bei den verlassenen Dattelpflanzungen bei der Straße. Dort, wo ihre Familie starb. Diese Iris würde ich gerne einmal kennenlernen. Hm. Ah. Okay. Komm her, mein Freund. Hep. So, dann schauen wir mal, was da passiert ist. Und ob wir hier helfen können. In 300 Metern wissen wir mehr. In 200 Metern wissen wir mehr. Und wir haben ein Fragezeichen in der Nähe. Das können wir dann gleich direkt mitnehmen. Okay. Soldaten. Sie suchen bestimmt nach Iris. Ich tauche unter. Und sie hoffentlich auch. Dann schauen wir mal. Da wird 10 anrufen. Was? Irgend. Bisher nicht. Zwei Stück. Gut, sollte man schaffen. Wenn der Explorer sich nicht allzu sehr dumm anstellt. Oh. Den haben wir wohl sehen. Hinten war nur einer. Hier schießen sie zuerst und fragen dann. Das ist noch einer. Nichts. Okay. Dann kommt der rein, so vielleicht hier in die Nähe. Eine Spur? Kuckuck. Hey. Nichts. Slow Level, ne? Was gefunden? Das wird die immer noch killen müssen. Hallo? Ich drücke R. Ich drücke R wie ein... Jetzt. Ah, der da hinten ist tot. Cool. Dann kümmern wir uns mal um den Kollegen da hinten. Der auf dem Pferd ist immer noch da. Der läuft jetzt da hinten rum. Findet das Mädchen! Ihr kommt uns nicht nochmal. Ups. Oh, wir haben keine Pfeile mehr. Scheiße. Können wir die vom Pferd holen? Haben wir noch gar nicht probiert bis jetzt. Erwarten mal, bis der da oben kippt. Der erste... Komm, kipp um. Boah, der ist schlecht. Der erste, der sie findet, bekommt eine Extra-Ration. Waren seine letzten Worte. Bringen wir es schnell hinter uns. Blöd, dass man nichts denken kann, wie wir dem die noch haben, ne? Wechsel. Bringen wir es schnell hinter uns. Im Haus wartet ein Schwein auf uns. So, einer dümpelt noch hier rum. Das ist unser Ziel. Ich würde aber gerne erst mal die eine Wache noch fertig machen. Wo haben wir sie rumdümpelt? Wo ist denn der? Verstehe ich nicht. Aber auch tot. Normaler erledigt, oder? Gucken wir mal, noch was zu gut haben. Da ist noch was. Dann probieren wir mal den vom Pferd zu holen. Ah, sie versteckt sich im Brunnen. Schlau. Ja. Sie ist im Brunnen. Nein, haben sie. Wenn die Soldaten sie gehört haben. Okay, das geht. Stirb der jetzt, oder? Vielleicht brauch ich den nicht, Pairon. Wir warten mal eben. Aber der steht da wieder auf. Schick ein Schlüpper hast du an. Schieß auf ein Ripp, wa? Sechs Loch. Stehen die auf, oder nicht? Freund der Sonne, machst du irgendwas? Okay, wir gehen mal zu Madame, dann gucken wir mal. Ob er sich nochmal regt. Speichert. Friede sei mit dir, Iras. Ich möchte nur mit dir reden. Der Letzte, der das sagte, hat meine Familie ermordet. Ich möchte dir helfen, Iras. Woher kennst du meinen Namen? Ein Priester erzählte von dir. Ah. Dieses Land gehört schon ewig meinen Leuten. Aber bisher lag es brach. Ein Soldat kam zu uns und sagte, sein Meister hätte einen Kaufvertrag. Mein Vater wollte ihm das alles nicht überlassen. Dann, ja, den Rest kennst du ja bereits. Was wirst du tun? Dieser Hof ist mein Erbe. Ich werde ihn bestellen, solange ich kann. Ich sorge dafür, dass die Soldaten dich in Ruhe lassen. Wenn du willst. Das Haus, von dem sie sprachen, liegt nordwestlich von hier. An der Straße nach Alexandria. Okay. Die Villa ist nördlich der Dattelplantage. Im Fall der Fälle. Sag, dass ich dabei starb, das Vermächtnis meiner Familie zu bewahren. Erkommt sich immer noch. Wir schauen uns noch ein bisschen um. Aber hier scheint soweit nichts zu sein, oder? Was können wir denn? Oh! Hä? Das war das Rätsel? What? Fruchtbare Länder. Einige hundert Meter nordwestlich des Sachmet-Tempels in Jamo am Mariot-See gibt es einen tollen Ort für ein Rendezvous. Er ist voller Dattelpalmen und umgeben von der Wüste und einer steinernden Umrandung ohne Ausgang. Dort findest du mich. ein steinernder Ja, klar. Und wo haben wir gesucht? Da haben wir gesucht. Ne, stimmt gar nicht. Wir haben in der letzten Folge Wo hatten wir ihn gesucht? Da haben wir gesucht. Ja, dann haben wir dann mehr Glück als Verstand gehabt. Können wir denn diesen ominösen Bogen auch brauchen? Das ist die Frage. Können wir. So. Okay, dann folgen wir der Quest weiter. Wir hatten noch ein Fragezeichen in der Nähe, ne? Täten wir uns gut, das vorher mitzunehmen? Nein. Das ist nicht so weit weg. Ne, das ist zu weit weg. Das wollte ich sagen. Wir haben auch noch was. Okay, hier können wir einen Spieler rechnen. der von irgendwas getötet worden ist. Hallo? Wo bist du, mein Frau? Okay. Okay. Dann schauen wir mal, was da passiert ist. Wow. Das ist verdächtig. Mal ein bisschen Platz machen hier. Du bist sogar zweimal hier gestorben. Ist das richtig? Wovon? Ist doch keiner. Hier ist doch keiner. Breit und breit. Ich will wo schritte. Was haben wir denn hier? Und was ist denn der getötet worden? Hm. Keine Ahnung. Vielleicht habe ich einen Blitz beim Scheißen getroffen. Nein, Entschuldigung. Wart ihr das? Mal sehen, ob sie uns freundlich oder feindlich gesinnt sind. Gesinnt sind. Oh Gott. Okay. Wie ist deine Mauer? Wenn es nicht herkommen soll. Okay. Ich sehe schon. Du auch. Der Nepp ist tot. Und. Du auch. Gar nicht gerecht, mein Freund. Glaube ich. Oder? Haben wir das? Tot bestätigen. Ja. Würde mich ja mal interessieren, ob wir da irgendwie Bericht drüber kriegen, wo wir überall gestorben sind, wenn uns da einer recht. Würde mich echt mal interessieren. Missionsziel in der Nähe. Drücke Senju. Okay. Hier müssen wir uns wieder durchfuchsen. Das ist nämlich nur einer. Bossi. Komm mal auf den Turm. Sonst noch irgendwas hier? Nee. Gut. Dann. Mögen die Spiele beginnen. Wir schauen uns aber erst nach hinten an. Wenn wir dürfen. Und dass keinen stört hier. Hat er den linken Arm blutig? Oder es hat... Nee. Ah, mein Traum. Ist nix. Okay, ich glaube, das ist nicht der Eingang, wo wir rein sollten. Tendenziell würde ich sagen, da kommt einer. Würde ich hinten links da an diesem Holzbarrikaden, da stand ja einer. Ich glaube, den können wir von der Seite gut bäschen. Ihn vielleicht auch hier. Können sogar direkt ins Haus. Müssen wir mal schauen. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Wir sind schon bei 19 Minuten. Ich danke dir fürs Zuschauen. Wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Schönen Abend. Je nachdem, wann du die Folge siehst. Und sage Tschüss. Bis demnächst. Bye, bye. Und tschau, tschau. Bis demnächst. Wie auf schaut. Wie schönen Sie noch einen Tag. Vielen Dank.